So, jetzt kommt das Regel für das Lied. Man muss es in unter einer Minute spielen. Ja, der Schnellste gewinnt. Und wir gucken mal, wo der Arthur und ich so ankommen, ja? Auf vier von einem Zähler wird auf Start gedrückt, dann geht es los. Fragen? Nein. Gut. Nee, erster Akkord, der, ne? Okay. Eins, zwei, eins, zwei. Welches Tempo machen wir so? Äh, einfach schnell. Schnell. Okay, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Ja, der Schnellste gewinnt. Nicht auf die falsche Taste drücken. Wo sind wir? Oh, das war entspannt. Das war entspannt. 56. Wir können das schneller, ja? Aber kriegt das erstmal hin, ja? Wir sehen uns am Sonntag. Haut rein.